Also ich fühle mich super gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung für mich, für so einen Verein spielen zu dürfen mit einem unglaublichen Trainer. Raketenmann, ja, ich finde das passt schon zu mir. Ich bin ein schneller Spieler, mag das auch 1 gegen 1 zu gehen mit Tempo und deswegen habe ich den Namen da auch noch in Hamburg bekommen. Die ist schon weg, schon seit Monaten. Also ich kann sprinten, ich fühle mich gut. Erstmal für so einen Verein kontaktiert zu werden, das war für mich etwas sehr, sehr Großes. Ich habe nicht lange überlegt und ich wusste, okay, ich will den Schritt machen. Erstmal mich gut ins Team einzuprägen, schnell Leute kennenlernen. Ich werde auf jeden Fall alles für diesen Verein geben und werde mich versuchen, in jedem Training, in jedem Spiel mich weiterzuentwickeln. Das war ein Weekend.